So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine kleine Ausbeute, ein kleines Fazit zum Tag 1 von Mewtwo. Ich nehme das jetzt am, was ist heute eigentlich Samstag? Ich nehme das am Samstag Nacht auf oder Abend auf, 23.40 Uhr, weil ich mit dem Begriff Alter 0 arbeiten möchte und ich glaube, dass nach 0 Uhr funktioniert er nicht mehr, deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ihr seht, der Fernseher ist noch an, eigentlich waren wir gerade am Wrestling, gucken noch, das Muttertier ist auch da, aber die schläft schon wieder halber auf dem Sofa da rum. Ihr könnt ja ein bisschen Fernsehen gucken im Hintergrund, ich erzähle euch so lange was über die Mewtwo-Rades heute. Wir haben ja vor Ort einen kleinen Community-Rade gemacht, könnte man sagen, wie das eben bei den Top-Rades oder Elite-Rades war, haben wir das heute auch gemacht. Ich habe gesagt, wo der Raid stattfindet, ein paar Leute kamen zur Unterstützung, haben den gemacht, dass wir eben vor Ort ein Video machen konnten, dass man sieht, wie der Boss ausschaut, was man für Konder nimmt, wie man ihn fangen kann, wie das überhaupt abläuft, weil das mit Krypto-Rades und Krypto-Mewtwo war ja so in der Form zum allerersten Mal da. Danach ging es weiter mit der großen Dortmunder Raid-Tour. Der Dortmunder Raid-Bus hat zugeschlagen, gesponsert von Marc niemals. Er raidet ja immer nur in Dortmund, deswegen haben wir gedacht, okay, die Community ist richtig genial und wenn der Marc in Dortmund raiden möchte, das war ja bei Raids für Zuschauer auch schon oft so, dass wir ihn da unterstützt haben, machen wir das zu einem ganz besonderen Tag. Viele Leute hatten Bock in der Community ein paar Mewtwo-Rades zu machen, egal wo. Und dann haben wir uns geeinigt, wir gehen nach Dortmund, wir spielen mit Marc, der Marc spielt mit uns, alle spielen zusammen, es war ein super geniales Gefühl, zusammen zu raiden, immer in der Lobby die Leute zu sehen, die man mag, mit denen man befreundet ist, wo man sich aufeinander verlassen kann. Das Ganze ging von 10 bis 20 Uhr eigentlich, aber 19 Uhr hat er uns schon in die Freiheit entlassen, da 19 Uhr dann auch die WWE-Großveranstaltung angefangen hat. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wenn ich Mewtwo und Alter Null eingebe, was bei uns, bei mir heute als Ausbeute dabei war. Dieses Mewtwo war das Erste, was ich heute bekommen habe im Raid mit Video. Wir gehen jetzt ja auch direkt mal auf die Bewertung und scrollen das ganze Ding jetzt mal durch, dass ihr seht, wie viele das dann ungefähr waren. Gut, die Zahl steht schon drüber. 46. 46 Mewtwo-Raids habe ich am Samstag, am ersten Tag von Mewtwo also gemacht. Ich habe auch alle gefangen, nicht, dass ich 50 gemacht habe und 4 sind geflohen, 46 gemacht, 46 gefangen, 46 Mewtwo-Raids. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Mewtwo-Raids habt ihr gemacht am Samstag, am ersten Tag. Das war, wie gesagt, der, den wir mit Video gemacht haben. Und dann startete der Dortmunder-Raid-Bus. Das sah dann so aus. Da steht jetzt überall Dortmund, Nordrhein-Westfalen. Und ihr seht ja selber die Bewertungen. 23,87 musste er natürlich haben, um ein Hunderter zu sein. Diesmal waren die Mindest-TV ja nicht 10, 10, 10, sondern 6, 6, 6. The number of a beast kennt man auch. Wir scrollen mal so durch, was wir da so dabei haben. 22, 33, das ist sehr schlecht. 7, 6, 7 geht noch schlechter. Ich glaube, 22, 20 war das mit 6, 6, 6, das, was man mindestens erreichen konnte. 22, 52, wenigstens hat es hier ein Stern. Zwei Sterne sind dabei. Nochmal zwei Sterne. Hier auch wieder 0. Da haben wir 6, 6 und 10. Drei Sterne. Der sieht sogar recht gut aus. Wird er aber auch kein Hunderter werden, wenn man den erlöst. 23, 39. 23, 09. 22, 66. Genau. 23. 23, 60. Mit 15 Angriff. 23, 58. Wird leider auch kein Hunderter. Aber hat schon recht gute IV. Dann kam das erste Shiny. Und das war ja neu. Bisher konnte man den zwar als Krypto bekommen, aber nicht als Krypto-Shiny. Jetzt wurde er eingeführt. Mein Ziel war eigentlich Raiden bis zum Krypto-Shiny aufhören. Weil ich habe ja meinen Hunderter Mewtwo damals nach 783 Raids bekommen, was mega teuer war. Aber es hat so Spaß gemacht, dass ich einfach weitergemacht habe. Auch wenn man das jetzt gar nicht taucht. Die ganzen Krypto-Dinger, die ich habe, müsste ich eigentlich nehmen und wegschmeißen. Eine Handvoll aufheben, den Rest wegschmeißen. Du kannst sie eh nicht tauschen. Also du erlöst sie und tauscht sie dann. Wäre aber irgendwie auch wieder Quatsch. Das war also das erste Shiny, was kam. Mit sogar recht gutem IV. Ich glaube, das ist ein 91er. Wenn man das erlöst, wäre Quatsch. So hochziehen. Vielleicht. Aber es gibt ja noch Tag 2. Vielleicht bekommen wir noch ein besseres. Danach gab es sogar direkt das nächste Shiny. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Back-to-Back war. Aber doch, im Tagebuch stand es glaube ich so. Ist halt leider viel, viel schlechter. Wenn ich halt so einen Shiny vielleicht noch hochziehen würde, würde ich dieses hier nehmen. Und dann haben wir hier wieder 23, 32. Nochmal 2 Sterne. 1 Stern. 2 Sterne. 2 Sterne. 2 Sterne. 3 Sterne. Müsste ein 93er sein sogar. Wenn ihr das erlöst, wäre es ein 100er. Es ist aber gleichzeitig ein 93er. Ist also mega stark. Würde man ein 93er hochziehen? Ich weiß gar nicht, welche ich sonst hochgezogen habe. Müssen wir uns dann auch mal angucken. Das hier wäre ein 96er mit 23,75. Wäre auch ein 100er beim Erlösen. Würde man aber sicherlich ein 96er hochziehen. Dann wieder 2 Sterne. 2 Sterne. 3 Sterne. Mega schlecht. Irgendwie trotzdem. 1 Stern. 2 Stern. 1 Stern. 3 Sterne. Reicht aber auch nicht. 1 Stern. 2 Sterne. 3 Sterne. Auch ein 96er nochmal mit 23,75. Würde auch ein 100er werden. Irgendwann hast du halt die Krypto-Mutu-Armee mit 6 Stück auf Level 50. Nochmal 1 Stern. 2 Sterne. Nochmal 2 Sterne. Nochmal 2 Sterne. 2 Sterne. 2 Sterne. 1 Stern. 3 Stern. Würde kein 100er werden. 3 Stern. Würde ein 100er werden. Und das hat einen ganz speziellen Grund, wieso das hier Hunni heißt. Weil bei den anderen habe ich es nicht dran geschrieben. Nochmal 1 Stern. Nochmal 1 Stern. Nochmal 3 Sterne. Reicht aber nicht zum 100er. 1 Stern. Und das waren an sich erstmal alle. Wenn ich jetzt XXL eingebe, sieht man, dass eins davon auch das Größte war mit 3,99m und 174kg ein XXL-Mutu. Gibt ja Leute, die sammeln sowas. Ich sammle es eigentlich nicht. Habe es aber trotzdem mal beschriftet. Weil manche Leute danach geguckt und gefragt haben, ob jemand ein XXL hatte. Hier ist ein XXL dabei. Zieht man das hoch? Ich weiß es nicht. Ich hatte am Anfang der Raids, glaube ich, 260 XL Bonbons und habe jetzt 602. Wäre mir auf jeden Fall möglich, nochmal 1 zu maxen auf Level 50. Was können wir noch zeigen? Ja, Shiny. Können wir nochmal kurz schauen. Also zwei Stück hat man von Mewtwo. Eben dieses 91er und das andere. Und wenn ich die Mewtwo alter 0. Ich kann den Begriff einfach nochmal eingeben, den ich hier, ich habe es mir noch eingespeichert. Wenn ich das Ganze jetzt nach WP sortiere, sieht man also in der Übersicht nochmal, dass das hier das Allerschlechteste war. Es war nämlich auch keins mit Wetterboost dabei. Mit 767. Hier oben die Allerbesten waren. Mit 2375. Und ich habe gedacht, ich suche mir eins aus. Oben, die werden alle gefühlt zu Hundertern. Dieses wird auch zu einem Hunderter. Aber hat von denen, die zu einem Hunderter werden würden, die allerschlechtesten Werte. Reicht aber trotzdem für einen Hunderter durch die Aufteilung. Sodass ich dieses auf jeden Fall jetzt im Video erlösen möchte. Damit ihr das mal seht. Ich habe einen Hunderter auf Level 50. Ich habe damals 783 Rates gemacht. Ich erlöse mir dieses Mewtwo jetzt, um ein zweites 100%iges Mewtwo zu haben. 29, 84. Huni steht dran. Guckt euch das an. Ein 100%iges aus Dortmund. Das fand ich auf jeden Fall richtig genial. Und irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich noch was vergessen. Ne, habe ich wahrscheinlich nicht. Den nenne ich jetzt einfach Mark. So. Das ist der Mark. Zwei Shinies. Ein erlöstes Hunderter. Ein paar richtig gute Kryptos. Wovon ich jetzt aber keins hochziehen würde. Denn am Tag 2 hat man ja die Möglichkeit, vielleicht sogar statt einem 96er noch einen 98er zu kriegen. Oder sogar ein 100%iges Krypto. Oder man nimmt einfach das beste Krypto-Shiny, was man hat. Egal, was für IV das hat. Ein 91er haben wir schon. Vielleicht kommt da noch ein 93er oder ein 96er. Was würdet ihr machen? Würdet ihr da alles hochziehen einfach? Was wäre dann besser? Nochmal das mit den meisten IV oder das Scheibe mit den meisten IV für den Unterschied. Oder ein zweites Hunderter. Aber das ist ja jetzt erlöst. Ich finde es auf jeden Fall gut. Der erste Tag hat Spaß gemacht. 46 Raids. Mal gucken, wie es am zweiten Tag aussieht. 10 bis 20 Uhr wollen wir ja wieder eine Raid-Tour machen. Diesmal mache ich vorher selber nichts. Sondern schließe mich direkt dem Dortmunder Raid-Bus an. Mark ist auf jeden Fall im Sack. Ein paar 96er. Zwei Shinies bekommen aus 46 Raids. Wie war eure Ausbeute am Tag 1? Schreibt es rein. Wir sehen uns am Tag 2. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns am Tag 2.